Junge, 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 aber du ahnst es nicht, wa? Was ist das? Akazienbaum? Boah, ist das ne 90er Platte? 90! Ja, Auge! Wahnsinn! Ist aber auch Hand abgeschliffen. Ja, klar, das sehe ich. Das ist richtig gutes Holz. Hält ein Leben lang. Kann man hier sitzen? Bequem ist er anders. Aber ja, gut. Sehen ja schön aus, ne? So. Was fehlt? Das Bier? Was bist du denn für ein Gastgeber, Jürgen? Ich hole mich selber, pass auf! Bleib stehen!